Meine Eltern dachten immer, dass aus mir mal ein berühmter Wissenschaftler wird. Mein wahres Talent, das steckte aber ganz woanders. Ich liebte es, in der Küche zu experimentieren und Neues zu kreieren. Jahre später stand ich dann vor meiner Berufswahl. Meine Eltern wollten, dass ich in der Schule bleibe und studieren gehe. Aber ich wollte immer nur eins, kochen. Also entschied ich mich für eine Lehre zum Koch. Dort habe ich unglaublich viel gelernt. Vor allem Fantasie und Kreativität waren hier gefragt. Und die Ausbildung zum Restaurantfachmann habe ich parallel auch noch dazu gemacht. Und jetzt? Jetzt führe ich selbst ein Restaurant und darf meine Gäste täglich mit meinen genussvollen Kreationen begeistern. Meine Leidenschaft ist eben unvergänglich. lieg-Kreativität Untertitelung des ZDF, 2020